Willkommen wieder mal bei The Wheel Maurice Leute, kurz an Ankündigung, sobald ich meinen Gaming PC habe, den ich mir bestellen werde nach meinem Urlaub, werde ich einen neuen Kanal machen, werde den aber auch The Wheel Maurice nennen, das hat den Grund, dass ich damals halt einfach mir die Abonnenten halt gebootet habe, so ein bisschen, und das gefällt mir nicht, ich möchte The Wheel Aufrufe haben und alles und, ja, das sieht kacke aus, mit 2 Aufrufen und 100 Abonnenten oder so, und ich werde es einfach wechseln, ich werde einen neuen Account machen, das war die Ankündigung, wir sehen uns beim nächsten Video, haut rein, bis dahin, ciao.